Wir wissen von einem umgebauten Fischerboot nach Puerto Grande, das als Kokainlabor benutzt wird. Binden und zerstören Sie das Labor. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sehe einen Scharfschützen. Da ist noch ein Tango. Tango Nummer 3. Ein Scharfschütze. Hab noch einen, macht 5. Markiere Ziel. Achte auf die Umgebung. Achtung, Narko mit Maschinenpistole. Wo hast du sie? Das schwimmende KUKA-Labor. Scharfschütze. Oben auf dem Turm. Ich sehe einen Scharfschützen. Einen Scharfschütze. Ich sehe einen Scharfschütze. Einen Scharfschütze. Hey, Sicario mit Maschinenpistole. Siehst du das schwimmende KUKA-Labor? Die Kerle sind markiert. Ich warte auf dich, Boss. Roger, Ziel markiert. Ich habe das Ziel. Bereit auf deinen Befehl. Haltet, die werden dich sehen. Scharfschütze, zieht auf uns. Scharfschütze. 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 Speren, schwebsen. Scharfschütze, kommst mal auf. Glocke w 비� contemporary Scharfschütze. Scharfschütze, schab ins, schuxisch. Ich k планere Gefunders, kann das alles? H widgetest мне seine blah... Schafschütz! Wir sind abgehauen. Wir sind abgehauen. Wir sind abgehauen. Abschuss bestätigt. Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job. Nähern uns dem Ziel. Erledigen wir die Sache schnell. Wir gehen an Bord, zerstören das Labor und ziehen wieder ab. Boss, wir haben nicht genug Sprengladungen, um das Teil zu versenken. Ideen? Hier ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur das Gas aufdrehen. Das Gas strömt aus. Jetzt fehlt nur noch der Funke. Dann rennen wir wie Teufel. Wie tasmanische Teufel. Erledigt. Nichts wie runter von dem Boot, bevor es hochgeht. Bewegt euch. Das Ding fliegt gleich in die Luft. Mach die Leute nicht nervös. Waffen unten halten. Jag was in die Luft und der Tag ist dein Freund.